Ich lebe noch, ja. Die Miete ist überfällig. Haben Sie Geduld, nur noch diesen Tag. Lass uns das nur diesen einen Monat machen. Auf keinen Fall! Ich bin da auf ein Mädchen gestoßen. Könnte es um sein. Was? Wo ist der denn, Noah? Wo ist Hisunka? Wer sind sie? Wer sind sie denn? Wenn wir sie heute Nacht nicht finden, mache ich aus dir Hackfleisch klar. Die Obdachlosen laufen am Arm. Hilfe! Was zum Teufel soll das? Ich bin doch gar nicht obdachlos. Keine Bewegung, klar? Keine Bewegung und du bist tot. Schnell, rein hier, los! Hol mich hier raus! Hisun! Wo ist sie? Was ist denn eigentlich los? Reden Sie, ha? Und ihr wollt Polizisten sein? Keine Bewegung, Arschloch! Hisun! Hey, Hisun! Ich will nach Hause! Ah! Ah! Hää! Ich will nach Hause!